Musik Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer Situile Let's Play Aufnahme und heute werden wir uns mal die Warps ansehen äh, ein bisschen eine kleine selbervorstellung machen äh, machen, äh ich kenne es ja schon eine Weile, ich bin schon eine Weile auf diesem Server drauf und wir wollen uns einfach mal die Warps angucken Dies da, hast du mal einen Vorschlag? Welchen Warp? Oh, man wird der Abbauwelt anfangen oder mit dem Refugia oder? Äh, Refugia können wir angucken, ja? Ja, ja Dann lass uns mal Warp Refugia gehen Oh je, jetzt müssen wir das Passwort eingeben, das ist nicht gerade so gut Vielleicht mach's ja eigentlich auch so, sprich noch mal ein Ding drüber Wie? Vielleicht schau ich das gut raus, dann ist ein Passwort Ich kann's nicht raus, ich kann's nicht raus schneiden, ich hab die Programme nicht dafür Oh scheiße Ja, warte mal, mach was mal anders Ausnahmsweise, machst du mal was anderes Wie machst du das jetzt? Ah, da Weil Man sollte es nicht wissen So, wir gehen mal weiter Und zwar In welchen Akt wollen wir? Welches ist der schönste eigentlich? Das ist die Frage Weiß ich nicht, alle wohl schrecklich Ich würde das dann bitte nehmen Akt 1 Da machen wir mal Akt 1 Flop Und durch So, wir sind in Refugia gelandet Das ist bei uns auf dem Server eine Free Äh, äh, Bullet World Also freies Spawn für jeder Kleine Reh, also die Regen sind Kein Griefing Kein Griefing Keine Zerstörung Komplett, äh, Felder Sollen wieder nachgepflanzt werden Wenn's möglich ist Äh, oder sollte Nachgepflanzt werden Wie ihr seht, das ist eine Free Bullet World Ähm, man kann bauen Wie man will Wie man will Man sollte einfach auf Auf die Regeln achten Und nicht Einen Nachbarn auf die Pelle gehen So Das wär's eigentlich So, wir fliegen dann Gau mal so über die Leicht über die Map Und dann kann man so ein bisschen angucken Was so ist Da gibt's eben wieder mal Häuser, die sind nicht ganz fertig gebaut Oder nicht so schön gebaut Typische Blockhäuser, wie man sagen soll Kann man sagen, jo Ja, oder Oder weggegrieft Oder weggegrieft, ja Das hat er mal auch in letzter Zeit Boah, ist das hässlich Ne, im Ernst Das ist Aua Das steht auch nicht allzu lange hier Das weiß ich Hm Was meinst du, die ist da Das ist nicht so super, oder? Nicht, wird's nicht Also dann finde ich das Schon wieder Viel schöner Das hier Das gefällt mir richtig Also da Ja, aber das Welch, wo bist du? Ich bin hier unten Guck Ich bin noch hier Also ich bin noch bei G Können wir zumal hingehen Ich bin hier Boah, was denn das für ein Teil? Alter, was ist das? Wenn du mal bei mir sehen willst Ich kann ja auch gar nicht hier hinschauen Boah Was ist das? Kein Plan Hä? Warum? Hm? Also wenn du's mal bei mir sehen willst Wie gesagt, ich steh hier Bist du? Bei mir Ja, ist ziemlich weit draußen Dann zeig mal her Dann zeig mal her Hui Soll ich mich weg Ah Von dem ist denn das? Weißt du von wem das ist? Das ist meins Das hab ich hier gebaut Ah, schick schick Schau mal mit Hügel oben Hier zum Beispiel Hier drin hab ich sehr viel gebaut Ich seh dich Ah, da unten Beste Ich geh nicht fliegen Ich kann's ja später ändern Das ist eins Ja, man kann ja immer noch was verändern Und umbauen Ist ja nicht das Schlimmste Das sind so solche Gebäude Wir haben ja verschiedene Warp Eben Der Refuge In drei Akte Aufgeteilt Oder? Ja, genau In drei Akte Aufgeteilt Eins, zwei und drei Das ist alles die gleiche Welt Aber in drei Akte Das heißt in drei Teile Aufgeteilt Der Welt Da gibt's noch andere Warps Was ist noch ein schöner Warp? Glaub ich Asia Oder wie war das? Asia oder Japan? Die ist da? Keine Ahnung Ob das jetzt Asia oder Japan ist Warte mal Ich geh's mal ein Unbekanter Befehl Warte mal Was hast du denn gemacht? Asia oder Asia müsste Ach, zwei Warps hat er gefunden Von Asia Hm 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 Zwei Warps Aber hat er Japan nicht gefunden Gefunden Mach Warp Japan Also hier wird AP Na ja, geht Ja Genau Jetzt sind wir Warp Japan Das ist auch noch richtig episch Also Wer Herbar gebaut hat Der hat richtig Ahnung davon Ah und übrigens Nur als kleines Anmerksel Ich hab eine neue Gaming Maus War eine gescheite War eine gute Die anderen Die haben wir nach einer Stunde Hab ich Schmerzen bekommen In der Hand Das hat auch noch eins von mir Das hier? Ja Oh, sieht aber nicht so schlecht aus Also gibt's schlechtere Aber noch nicht fertig, oder? Sieht nicht Nee, ich hab's doch keine Idee mehr Kann mir auch gerade abziehen Stimmt ja, das Sieht aber noch nicht so fertig aus, oder? Aber das hier ist ein bisschen Das hier Die sind ein bisschen tief Die müssen weg Ehrlich gesagt Was denn? Die hier unten Die sind Das ist zu tief Das müsste weg Die ganze Reihe Meiner Meinung nach Weil, guck mal hier Das ist ähnlich gebaut Aber es ist zu tief Wenn ich mal Wenn ich Zeit habe Und Lust habe Dann muss ich mir erst einmal was überlegen Was haben wir denn hier? Interessant Was haben wir denn hier? Was haben wir denn schöne Oh Oh Schön Schön So einen kleinen Garten Ja, genau